Niklas Willkrug muss zur WM fahren. Das fordern viele Experten und Fußballfans in ganz Deutschland. Wenn er fit ist, dann trifft er zuverlässig. Trotzdem hat er noch kein einziges Länderspiel gemacht. Hier kommen die Top 5 der Stürmer mit den meisten Buben in der Bundesliga ohne Einsatz für die Nationalmannschaft. Auf Platz 5 Lukas Höhler. 24 Treffer hat der Freiburger in den letzten Jahren im Oberhaus erzielt. Platz 4 Maximilian Philipp mit 27 Toren. Der spielt aber aktuell beim VfL Wolfsburg so gut wie gar keine Rolle. Rang 3 belegt Davy Selke mit 34 Treffern für Werder Bremen, RB Leipzig und seinen aktuellen Klub Hertha BSC. Und Niklas Willkrug steht nicht auf Platz 1. Den belegt nämlich er hier, Florian Niederlechner. Mit 40 Bundesliga-Toren führt er die Liste knapp vor Willkrug an, der 36 Treffer auf dem Konto hat. Was Willkrug selbst zu einer möglichen DFB-Nominierung sagt, das hat er uns im exklusiven Interview bei Was geht Bundesliga verraten. Bei YouTube. Schaut da gerne mal rein.